Musik Jetzt kommen wir zur Anfrage von Mitgliedern der Bürgerschaft. Frau Janel, dann Sie. Ja, ganz laut, damit ich es auch verstehe. Entschuldigung, also ich möchte zu Protokoll geben, dass die Fragen von mir an den Oberbürgermeister vom 2. März bis heute nicht beantwortet sind. Musik Zur Information, es ging um das Traditionsschiff, wo wir dreimal, ja, so schmal gesagt haben und dann schon wieder in Frage gestellt wurden. Ich habe bisher keine Antwort bekommen. Das bitte zu Protokoll. Ja, machen wir. Frau Dr. Bachmann. Ja, zu Protokoll. Es war dort bei Frau Janel angeschlossen. In derselben Sitzung hatte ich ja den Oberbürgermeister aufgefordert, in Mithilfe einer Informationsvorlage der Bürgerschaft die Zeitschiene zu geben bezüglich der Beschlüsse zum Traditionsschiff, weil es dort unterschiedliche Auffassungen gab. Die Bürgerschaft war der Auffassung, wir haben den Standort beschlossen. Der Oberbürgermeister war der Auffassung, das haben wir nicht getan. Und er wurde, hat dort zugesagt in dieser Sitzung, dass er uns dies zukommen lässt. Also zu Protokoll, auch das ist nachzureichen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen. Vielen Dank.